Unter meinem neuen Köpfe-Empfehlungsvideo hatte ich die Frage, ob ich mal zeigen bzw. testen kann, wie lange man denn wirklich einen Wandenberg V2 rauchen kann, bevor die Tabakmenge erschöpft ist. Und genau das machen wir heute. Und das da oben war übrigens der Kommentar, da hat Lukas nämlich gefragt, was mich mal mega interessieren würde, wenn du den V2 mal testest und uns zeigt, wie man da am besten mit der Kohle umgeht, um den Kopf so lange wie möglich am Laufen zu halten. Und das machen wir jetzt. Und dafür bauen wir uns erstmal ein Köpfchen und legen Kohle. Wir werden anfangen mit dem Must-Age Jungle Juice. Das wird natürlich an sich wehtun, da jetzt so viel Tabak reinzuschaufeln, weil in so große Köpfe muss natürlich auch einiges an Tabak. Aber die Frage, die da natürlich bleibt, ist, wie lange kann man denn damit rauchen und lohnt sich das dann vielleicht? Weil wenn ich mit einem Satz Kohle und 10 Gramm rauche, aber mit 20 Gramm in einem Köpfchen dann zwei Stunden rauche, dann wäre das ja am Ende des Tages dieselbe Effizienz. So, wir machen die 25 Gramm Dose hier einmal leer. So, und dann sind wir jetzt schon bei 12,2 Gramm. Das wäre also so schon fast ein voller Low-Load. Ich würde sagen, Kiwi-Smoothie können wir noch ein bisschen was dazu machen. Und noch eine Gabel vom Kiwi-Smoothie und dann machen wir noch irgendeine dritte Sorte mit rein. So, dann sind wir, oh Gott, Digga, 22,5 Gramm bis jetzt. Wir nehmen noch den Red Orange. Wir haben 26,4 Gramm ungefähr. Also aus dem Tabak hätte ich auch auf jeden Fall zwei Low-Loads machen können. Und mit zwei Low-Loads rauche ich, sagen wir mal, zweimal 70 Minuten, 140 Minuten, sprich zwei Stunden und 20 Minuten. Und so lang müsste dieses Köpfchen jetzt halten, um dieselbe Effizienz zu haben wie ein Low-Load. So, dann gehen wir noch einmal über den Rand, damit da keine Molasse oder Tabak hängt. Und dann sind wir trotzdem bei 26,1 Gramm Final im Wandenberg V2. Köpfchen kommt auf die Pfeife. Der ist jetzt natürlich ein bisschen überdimensioniert für die Mini, wenn man mich fragt. Das ist schon Brummer, oder? Aber gut, it is what it is. Die ersten drei Zauberwürfel in 26 sind an. Und ich habe bewusst nur drei angemacht, anstatt vier, wie ich es oft mache, um noch was nachlegen zu können. Weil wir werden ja ganze Kohlen nachlegen. Und da gibt es dann auch noch ein bisschen was zu beachten. Da kommen wir gleich noch dazu. Aber erstmal kommen hier zwei Kohlen rein und eine auf Kipp, aber nur bis das Ding angeraucht ist. Und dann kommt die dritte oben auf Kipp wieder weg. Und ich werde durchrauchen mit den zwei Kohlen, bis wir eine neue Ladung anmachen. Da erzähle ich euch aber jetzt noch was zu. Und zwar bezüglich der Kohle habe ich euch eine hochprofessionelle Grafik vorbereitet, die ich euch jetzt gerne mal präsentieren und erklären werde. Da muss man ein bisschen tiefer einsteigen. Und das ist die wichtige Grafik, von der ich euch erzählt habe. Vielleicht habe ich die ein bisschen oversold, aber die zeigt euch meinen Punkt, den ich machen will. Folgendes. Hier unten haben wir einmal die Zeit, die verlaufen wird mit dem Fortschritt. Und hier haben wir die Hitze. Das heißt, wie warm ist unser Kopf? Und jetzt sehen wir hier praktisch die Temperatur von unserem Köpfchen. Die ist erstmal konstant bis zu diesem Punkt hier, wo wir Kohle legen. Und dann steigt die Temperatur in unserem Köpfchen langsam mit den zweieinhalb Kohlen. An diesem Punkt hier haben wir die dritte Kohle weggenommen und die Temperatur steigt nur noch ein bisschen und pendelt sich dann relativ ein. Dann, wenn unsere Kohle langsam verbraucht ist, übrigens das ist nicht so maßstabsgetreu hier. Dann, wenn die Kohle langsam verbraucht ist, kommen wir zu diesem Punkt hier und die Temperatur wird langsam sinken. Und jetzt ist das Wichtigste, was ihr zum Kohle nachlegen müsst, folgendes. Ihr dürft nicht zu spät Kohle nachlegen. Wenn ihr nämlich so lange wartet, bis ihr hier unten seid, an diesem Punkt, wo der Kopf kaum noch warm ist und ihr legt dann Kohle wieder nach, dann ballert das Köpfchen von der Temperatur so schnell hoch, dass euch das Ding verbrennt. Und viele denken, okay, da war jetzt nicht mehr so viel zu holen, also der Kopf war halt leider dann schon irgendwann durch und dann habe ich halt jetzt nochmal fünf Minuten rausgekitzelt, indem ich Kohle nachgelegt habe. Was aber meistens passiert, ist tatsächlich, dass ihr den Kopf einfach zu hart mit der Temperatur schockt, weil ihr die Kohle viel zu spät nachgelegt habt. Das heißt, ungefähr bei der Hälfte, wo die Kohle durch ist, müsst ihr schon Kohle nachlegen, damit ihr nämlich hier wieder für mehr Hitze sorgt. Weil das hier ist einmal die Differenz an Temperatur, die ihr habt, wenn ihr früh genug Kohle nachlegt. Und das hier ist die Differenz an Temperatur, die ihr habt, wenn ihr zu spät Kohle nachlegt. Und ihr seht sehr schnell, dass das hier maßstabsgetreu, eindeutig wissenschaftlich nachweisbar, die doppelt so hohe Hitzebelastung für dieses Köpfchen ist, wie wenn ihr früh genug die Kohle nachlegt. Und das versuchen wir heute hinzukriegen. Und das heißt, wir werden bestimmt zweimal Kohle nachlegen, I guess. Finden wir raus. Gut, der erste Satz Kohle ist übrigens mittlerweile drin. Wir waren auch schon an diesem Punkt hier, wo wir die dritte Kohle mit runtergenommen haben. Das heißt, wir haben jetzt zwei Kohlen drauf und mit denen rauchen wir jetzt, bis es Zeit wird, Kohle nachzulegen. Man kann auch nochmal die dritte mit reinlegen und dann noch ein paar Minuten rauchen und dann neue Kohlen nachlegen. Und auch bei dem Kohlenachlegen gibt es noch was zu beachten. Da kommen wir aber dazu, wenn es soweit ist. Und jetzt erstmal ein Zug. Und der läuft wunderbar. Wandenberg V2, eine meiner Lieblingsempfehlungen, wenn es um Köpfe geht, die man mit mehreren Leuten raucht oder alleine schön lange mit Kohlenachlegen rauchen kann. Und das machen wir ja heute. Also wir haben jetzt eine gute Stunde geraucht. Ist vielleicht sogar ein Ticken zu spät. Aber ich lege jetzt Kohle rein. Und beim Nachlegen von der Kohle ist das Wichtige, dass ihr jetzt nicht einfach zwei Kohlen reinballert und noch eine obendrauf, so wie wir es am Anfang gemacht haben. Jetzt die drei Kohlen, die wir aktuell drin haben, rausnehmen. Ich hatte ja die letzte irgendwann noch mit dazu gelegt. Dann eine rein und eine auf Kipp, damit das Ganze eben nicht diesen krassen Temperaturschock bekommt, von dem ich vorher gesprochen habe. Also schön langsam machen. Eine rein, eine auf Kipp. Und genau das mache ich jetzt einmal. Sprich, die drei Kohlen, die hier drin sind, weg, eine rein und eine noch auf Kipp dazu. Das heißt, wir haben jetzt praktisch eine einohrige Mickey-Maus. Und so rauchen wir das Ganze jetzt wieder an. Also, ich meine, der Kopf ist an, aber wir rauchen jetzt weiter. Und achtet in dem Moment drauf, ihr müsst schnell reagieren, falls ihr merkt, okay, das ist jetzt zu viel Hitze. Dann muss die eine Kohle oben maybe nochmal kurz weg, damit ich das langsamer aufheizen kann. Aber so sollte das easy funktionieren. Und jetzt rauchen wir den Kopf so weiter und genau denselben Schritt. Irgendwann kann die gekippte Kohle noch mit rein. Dann können wir so weiter rauchen und dann können wir theoretisch sogar nochmal Kohle nachlegen. Müssen wir aber gucken, wie lange geht denn der Wandenberg V2 jetzt? Mittlerweile zwei Stunden 20 her, dass wir den ersten Satz Kohle draufgepackt haben. Ich habe eben dasselbe nochmal gemacht und eine Kohle rein und eine gekippt. Und das Ding läuft immer noch. Bisschen weniger Geschmack als am Anfang, aber es funktioniert. Rauchentwicklung ist immer noch gut. Gut, also soweit schon mal zwei Stunden 20 und let's go. Mal gucken, wie lange das Ganze noch gut geht. Geschmack würde ich sagen, ist mittlerweile auf 80 Prozent von dem, was am Anfang war. Über 75, irgendwie sowas. Ja, wunderbar. Ich melde mich, wenn das Ding durch ist, ne? Oder wir einen vierten Satz Kohle brauchen, um Gottes Willen. So Freunde, wir sind an der drei Stunden Marke angekommen. In einer Minute. Und das heißt, Tabakmenge zu Verbrauch lohnt sich actually. Mal gucken, wie lange es noch geht, aber er lässt mittlerweile schon gut nach. Also ich glaube, lange geht das leider nicht mehr. Rauchentwicklung? Akzeptabel würde ich sagen. Geschmack ist mittlerweile aber nur noch so eine 5,5 oder 6 von 10. Also ich denke, demnächst wird er sich verabschieden. So, 23 Uhr 54 und damit drei Stunden und 14 Minuten, die dieses Köpfchen lief. Und jetzt ist er wirklich Game Over. Man kann da noch so ein bisschen ziehen. Da sind jetzt die drei Kohlen vom dritten Durchgang drinne. Aber so richtig was geht da jetzt eigentlich nicht mehr. Also jetzt macht es auch keinen Spaß mehr. Wenn ich jetzt noch weiter rauchen wollen würde, würde ich mir an dem Punkt auf jeden Fall ein neues Köpfchen anmachen. Ich zeige euch nochmal die Rauchentwicklung, damit ihr es euch besser vorstellen könnt. Okay, der Zug hat absolut nicht gut geschmeckt. Das Ding ist auf jeden Fall durch. Ich hatte eben noch die dritte Kohle mit rein. Der hat den jetzt komplett gekillt. Also drei Stunden, 15 Minuten und dann war es schlagartig vorbei. Also wenn man so lange mit einem Köpfchen verbringen möchte, dann kann man das. Ich persönlich muss sagen, alleine hätte ich mir wahrscheinlich lieber zwei Lowlords angemacht. Geschmacklich hätte ich da glaube ich am Ende des Tages ein bisschen mehr von. Aber wenn ihr mehrere Leute seid, nehmt auf jeden Fall so einen großen Kopf wie den Wandenberg. Checkt auch gerne nochmal das Köpfe Empfehlungsvideo aus. Das kam vor kurzem. Aber echt nicht schlecht. Drei Stunden, 15 Minuten am selben Kopf. Respekt. Tschüss. Vielen Dank.